Achso, vorher noch die Statistiken. Wenn ich nicht vergesse, zeige ich das jetzt am Ende jeder Folge. Ja, ich gehe einfach durch. Oh, 6 Kilometer. Schon gelaufen. Übel. Naja, kann man das wirklich Kilometer nennen? Ich meine, das hier sind ja Blöcke. Egal. Und ich habe 2 Stunden fast schon gespielt. Beziehungsweise 1,5. Kommt jetzt drauf an. Ist das jetzt... Sind das dahinter die Minuten oder ist das eine Prozentangabe? Beziehungsweise Teilangabe ist jetzt die Frage. Wie dem auch sei. Distanz gefallen, 82 Meter. Ja. Hat das Schwein bestimmt auch ein bisschen für geholfen. Geschwommen, dagegen nur 25 Meter. Okay. Übel. Climbed. Geklimbed 0 Zentimeter. Ja, damit sind, denke ich mal, Leitern gemeint. Geflogen bin ich 11 Meter. Okay, ich verstehe noch nicht ganz den Unterschied zwischen Fallen und Fliegen. Aber gut. Dove. Ja. 14 Meter. Kommt von Dive. Dauphendive. Äh, ja. Man kann in diesem Spiel doofen? Vielleicht ist damit geduckt gehen gemeint. Das kann natürlich sein. Ja, das würde Sinn ergeben eigentlich. Ja. Distanz bei Minecraft 0. Distanz bei Boden 0. Hey, Distanz bei Pick 107. Haha. Cool. Und ich bin fast 1000 Mal gesprungen und hab genau 400 Damage gemacht. Cool. Genau 400. Geil. 0 Items gedroppt. Ha, ich bin pro. Ich dropp nix. Ich war alles sicher. Äh, 36 Damage genommen. Also ich denke mal ein Damage ist hier ein halbes Herz. Das würde am meisten Sinn ergeben. Number of Stats. Ja, ich bin einmal gestorben, weil ich mein Leben auffüllen wollte. Oh ne, jetzt gibt es nur KDR. Kill Deathrash. Nein, Quatsch. Das wäre ganz schön doof. Weil dann würde irgendwie jeder nicht sterben wollen. Aber das wäre ja doof. So ein Spiel soll Minecraft bitte nicht werden. Mob Kills 28. Ich hab nur 28 Mops bitte. Äh, naja, okay. Passt schon irgendwie. Player Kills 0. Ja, es sind keine Spieler hier wirklich drin. Ne? Also, äh, ja. Ich spiel Singleplayer. Da geht das schlecht. Außerdem bin ich kein Arschloch. Fisch 0. Genau. Wir müssen uns noch... Es gibt hier noch andere Reiter. Cool. Äh, wir müssen uns noch, ähm... Ne Angel zulegen. Senkoa-Blöcke. Oh, cool. Cool. Okay, also... Ich hab 65... 65, ja. 576, äh, holzerne... Blöcke. So, gemacht. Insgesamt. Übrigens, warum hier 0 steht. Und hier so ein Strich ist. Heißt ganz einfach, dass man... Wenn da ein Strich ist, das kann man ja gar nicht craften. Wie soll man Erde craften? Das ist einfach in der Natur so da und... Kann man nicht craften. Aber Cleanstone kann man craften. Beziehungsweise brennen. Oder sowas in der Art. Hier werden aber nicht alle Blöcke angezeigt. Ah doch, ne. Items ist der Rest. Ja, okay. Alles klar. Blöcke sind eben was anderes als Items. Ja, könnt ihr euch durchgucken. Was ist das? Times Used. Also... Wie oft ich das benutzt habe. Beziehungsweise bei Blöcken, wie oft ich es halt platziert habe. Ich hab Holz nur zweimal platziert. Okay. Ja, stimmt. Das meiste hab ich für Werkzeuge und sowas verbraucht. Ich glaub, die zweimal waren... Waren nur in der einen Höhle da, in der das Schlafen nicht geklappt hat. So, dann... Times Mind. Ja, okay. Ja. Interessant. Wie oft ich das also abgebaut habe. Ich hab 144 so Hölzene Locks. Wow. Okay, Items. Times Deplated. Also wie oft es kaputt gegangen ist. Ich hab zum Beispiel ein Schwert insgesamt schon geschrottet. Ja. Ähm... Times Crafted. Ja, genau. Wie oft man sowas gemacht hat. Und Times Used. Genau. Wie oft ich es benutzt hab. Ich hab zum Beispiel 60 Mal geschlagen. Mit dem Schwert. 60 Mal... ähm... Blöcke mit, ähm... Hölzerner Spitzhacke abgebaut. 94 Mal mit einer... Stähler... äh, mit einer Steinahnden. Ja. Sehr interessant alles. Aber das meiste hab ich natürlich mit meiner Steinhaxt. Natürlich. Logisch. Und ich hab 24 Sticks gemacht. Ja, das ist eigentlich logisch. Hä? Sticks kann man doch gar nicht benutzen. Warum... Warum ist da kein Strich? Da müsste ein Strich sein. Kann man nicht benutzen. Ja, genau. Wodenhoe hab ich nur gemacht fürs Archivement. Achso! Ich verstehe. Hier werden nur die Blöcke angezeigt, die ich im Spiel schon mal hatte. Das heißt, wo hier auch was stehen kann. Interessant! Zum Beispiel... Es gibt natürlich noch mehr Ors. Es gibt noch Diamond Ors oder Redstone Ors zum Beispiel. Da wird dann natürlich stehen, ähm... Strich Null Null. Und anstatt dass da steht Strich Null Null, steht da einfach gar nix. Ist es einfach noch gar nicht drin. Interessant. Das ist aber auch gut, falls man sich nicht spoilern will, was für Blöcke es im Spiel gibt. Finde ich sehr gut. Gute Idee, Notch. Super. Ja. I like. Finde ich sehr gut. Okay, jetzt hab ich glaube ich ein ganzes Video in der Statistiken verbracht. Ne, so viel nicht, aber... Schon übel. Aber auch geil. Ich weiß, es ist einfach... Total geil geworden jetzt dadurch. Achso, genau. Wir können mal gucken, was für was schief man sich noch brauchen. Dann mach ich das Video zu Ende. Dann mach ich das Video zu Ende, wie sich das anhört. Naja, egal. Genau, mit dem Baum haben wir jetzt fertig. Hier müssen wir noch... Äh, okay. Mindestens ein Kilometer auf, ähm... Minecraft. Und... Ein Fisch kochen. Okay. Na dann, bis zum nächsten Mal.